Willkommen zu meinem Let's Play Minecraft. Heute ist eine ziemlich besondere Folge, weil ich heute nicht alleine spiele, sondern mit dem Bipo. Hallo. Und er schreckt uns seinen Arsch entgegen, das ist wirklich genial. Wie immer. Ja. Also, er hat sich schon Werkzeug gebastelt und wir gehen auch direkt Holz hacken, weil das haben wir irgendwie gar nicht. Weil man schon zu zweit ist, das geht schnell. Und ja, dann fangen wir direkt an. Also Bipo, dann lass mal irgendwie hier die ganzen Bäume weghauen. Ja. Und ja, auf geht's. Auf die Kiste. Auf die Kiste? Scheiße. So. Ja, wir werden einige Folgen jetzt zusammen machen. Und das wird auch, glaube ich, in Zukunft sein. Er wird ein paar Folgen mit uns machen. Und dann werden mal wieder welche alleine gemacht. Und ja. Mal schauen, wie es läuft. Genau das. Ja. So. Auch die weißen Bäume. Ja, ja. Die Birken. Natürlich. Weg damit. Einfach mal alles. Wir können im Moment alles am Holz gebrauchen. So. Und wir überlegen uns eigentlich auch noch gerade, was wir jetzt hier noch alles zusammen machen wollen. Ähm, ich denke wir sollten, wir sollten irgendwas, ja, fettes, also großes zusammenbauen. Und halt einfach ein paar Ressourcen sammeln und so, weil das halt alles viel, viel schneller geht. Und ja. So. Nun. Schauen wir mal hier. Nehmen wir den Baum noch mit. Hier noch die Birke weg. Bibo, du kannst auch ruhig was sagen. Ja, was gibt's denn so zu sagen? Ich weiß es nicht. Da muss man kreativ sein. Kreativ. Ja, kreativ. Kreatin. Kreatin. Alles. Alles. Ja, gut. So. Hier ist die Birke auch schon mal weg. Wie weit bist du bei dir? Ich hab jetzt fast 50, jetzt hab ich 50 und 13 Birke, also. Ja, aber läuft bei dir. Hast du mehr als ich? Das kann doch wieder nicht sein. Schieß ja mal. Ich bin halt. Beste. Beste? Im Holzfällen? Ja, normal. King im Holzfällen. Irgendwas muss ich hier können. Ja, das Holzfällen kommt da schon ganz richtig. Ja. Ist auch sehr wichtig fürs spätere Leben, Mike läuft Holzfällen. Natürlich, da kannst du überall eine Arbeit anfangen. Stehen dir alle Wege auf. Ja. Dem Minecraft Holzfäller Diplom. Ja, siehst du? Kann man nix gegen sagen. Ja, du sagst. Meine Eltern beschweren sich, dass ich nicht zur Schule geh. Du darfst gucken jetzt bestimmt gerade deine Eltern. Oh. Oh. So. Nee, ist aber vorbei mit mir. Es wird auf jeden Fall gleich gut karl hier aussehen. Ich glaube, es wird auch dunkler, ne? Ja, wir sollten uns gleich hinlegen. Ja, gut. Und danach können wir gerne mal in die Hölle. Oh, soll man uns jetzt kurz hinlegen? Ja, komm. Machen wir. So. Fällt es auch fast fertig wieder. Ja, ja. Ich will unbedingt noch dafür Karotten und Möhren haben. Was wir auch noch mal als Väter vermissen, entweder ein NPC-Dorf finden oder Zombies totschlagen ganz viele, weil die droppen zu, ich glaube, einer 5%igen Chance Kartoffeln und Karotten. Guck mal den Mond an. Ja, gut. Warum nicht? So. Nun, ich denke, wir könnten eigentlich doch gleich mal auf einfach stellen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, ja. Eigentlich nicht. Ja, nice. So. Tadä. Da ist es wieder morgen. So, wie viel Holz hast du jetzt? Also ich habe 64 und 4 von dem Eichenholz und 12 von dem Birkenholz. Ich habe jetzt 64 Eichen, nochmal 19 Eichen und nochmal 19 Birken. Ja, nice. Das läuft doch. Aber Birke sieht irgendwie kacke aus, finde ich. Ja, ja. Ich habe damit nur ein paar Sachen in meinem Haus gemacht. Ich verleg hier einfach mal das ganze Holz ab. Wir brauchen das eigentlich im Moment sowieso nicht. Ja, 64. Ja, behalte ich einfach 8. Ja, ich auch. Ich brauche 64 behalten. So. Ja, lasst uns erstmal auf friedlich in die Hölle gehen, weil das ist schon auf jeden Fall ziemlich krass. Ja, ich habe aber kein Schwert jetzt, ne? Ja, deswegen sage ich auf friedlich. Achso. Ah, scheißegal. Deswegen. So. Auf geht's. Tadä. Da sind wir in der Hölle. Ja, ich werde angezeigt. Ah, da bin ich auch. Auf geht's. Du bist... What? Was denn? Du bist im Boden. Ah, ja, stimmt. Fail. Okay. Ich werde dem Bipo jetzt mal hier die Netherfestung zeigen, die wir gefunden haben. Stimmt nicht. So. Dann hier entlang. Hier über diesen scheiß Soul Sand, wo man sich entlang krüppeln muss, wenn man so langsam geht. So. Bipo bleibt wieder auf halber Strecke liegen. Das kann ja nicht sein. Ja. Ja. Wir haben Zeit. Ich habe mich dabei. Hast du Eisen noch dabei? Ja, ein bisschen. Ja, okay. Nice. Ich guck mal kurz. Sechs. Ja, natürlich. Reicht ja. Kannst ja da zwei Spitznacken von machen. Also einmal, ich weiß nicht, wie weit du gucken kannst. Also wie weit du deine Sichtfelder gemacht hast. Ja, gut. Da hinten ist einer auf jeden Fall. Kannst du hier bei mir auf dem Bildschirm sehen. Und dann müssen wir hier einfach runterspringen. Du Wahnsinniger. Und dann, jetzt musst du auf jeden Fall viel Fingerspitzengefühl haben und nicht viel an der Maus rumwackeln. So witzbar halt. Ja. Oh, oh. Bei mir bugt es, bei mir bugt es. Komischerweise ist es ziemlich, ja, eigentlich nicht witzig, aber irgendwo natürlich auch schon. Es bugt bei mir in der Hölle. Aber in dem ganzen Spiel bückt es kein einziges Mal. Außer, was denn? Ich wäre gerade fast runtergefallen. Oh, das wäre nicht so schön. Noch mal neu. Noch mal neu. Ich habe dich überholt. Tschüch. Guck mal hier. Ja, da will er ganz schnell abhauen. Das kann ja wieder nicht sein. Oh, oh, Kurve. Kurve ist gut. Da geht es nicht weiter, ne? Wir müssen da hoch. Das wird auf jeden Fall ein krasser. Da lang. Äh, ja, ja, da hoch. Warum baust du das nicht einfach aus? Wie? Ja, das ist ja gang größer. Ja, geht auch. Geht auch. Tschüch, bei mir geht gerade meine FPS. Zwei ziemlich in den Boden. Läuft es bei dir flüssig? Ja, sicher. Bei mir hakt es gerade ziemlich gut. Ja, neue Technik. Neue Technik? Ja. Ich bin einfach hier der Host. Das ist das Ding. Würde ich dann auch sagen. Natürlich, tue ich doch. Dammit. Ja, okay, jetzt leckt es auch ein bisschen bei mir. So, jetzt sind wir hier oben. Oh. Er findet den Monsters vor, da. Ja, aber hier geht es halt irgendwie, also ich finde das ziemlich krass. Davon habe ich nichts gebaut, das ist einfach so. Und hier geht es einfach direkt zu den nächsten Netherfestungen. Das ist irgendwie so eine Ansiedlung davon. Habe ich wohl zu lange kein Minecraft mehr gespielt. Das habe ich noch nie gesehen hier. Echt nicht? Das gibt es in der Hölle, da kannst du Netherwards und sowas finden. Das weiß ich mittlerweile auch. Ja. So. Dann hier hinten geht es gleich weiter. Mit den Nays. Ah! Ich verweck dir die ganze Zeit fast. Ich sehe es schon, komm. Gleich liege ich. In der Lava. Hier, bei diesen Netherfestungen musst du aufpassen. Immer wenn du denkst, ach da ist nichts, dann ist da immer so ein Spalt mit Lava oder so. Das ist ziemlich hässlich. Was ist denn jetzt los? Ahnung, sagt. Und dann weiß ich auch nicht weiter. Sagt, da steht er. Oh, das war's. Oh. Minecraft has crashed. Cool. Ja, dann beende ich mal kurz und starte nochmal neu. Alles klar, ich werde hier warten. Was wird los? Also, wie ihr seht, ist eine Person verlustig gegangen. Kann man jetzt nicht viel machen. Scheiß auf ihn. Ich werfe ihn jetzt raus. Nein, Spaß. Ich gucke einfach bei dir ein bisschen zu. Was? Ich brauche dich doch hier unten. Für niedrigere Arbeiten. So, bleibe ich draußen. Nein, 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 nein. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall mal diesen Netherstein mitnehmen, da man den sonst nirgendwo finden oder craften kann. Ach, ich bin ja auch direkt wie dein in der Hölle gespawnt. Ja, ja, natürlich. Das wäre ärgerlich, wenn ich schaffe, du musst jetzt den ganzen Scheißweg wieder zurückgehen. Ja, das dachte ich deswegen. Hab ich mich schon ein bisschen abgefuckt, aber... Nee, nee. Immer da, wo du rausgehst, wirst du auch wieder gespawnt. Meistens. So. Ja. Da runter? Ja, würde ich sagen, oder? Ja. Dann lass uns einfach mal hier den ganzen Turm abbauen. Weil wir könnten das sowieso gebrauchen. Diesen Netherstein. Nee. Also einfach mal hier die Wände raus, weil wir haben sowieso davon noch eine. Mach ich hier links die Seite. Oder rechts. Ist ja scheißegal eigentlich. So. Ja, das kann ziemlich heiter werden jetzt hier das ganze Ding abzubauen. Also wir werden es nicht komplett abbauen, aber wir wollen auf jeden Fall erstmal ein paar Steine davon sammeln. Damit, ähm... Oh, jetzt ist mein Ding kaputt gegangen. Ähm... Ja, damit wir das oben vielleicht wieder aufbauen können oder irgendwas cooles damit bauen können oben, kann man dann hier einfach gucken. Ja, ich mach dann bis zur Treppe hier, bis zur ersten Stufe. Ja. Ich bin gleich Jörg noch nicht. Ich könnte mir vielleicht eigentlich auch mitnehmen, ey. Alles mitnehmen? Ja. Zigeune. Ja, ich fand's gar klar, Alter. Die Polen sind wieder da. Scheiße. Halb zehn in Polen, wo's mein Knopf hast. Oh, Mann. Halb zehn in Polen, wo's mein Knopf hast. Sehr gut. Was heißt, äh, auf Polnisch BMW? Bald meinen wir. Aber du sagst es. So. Ja, komm. Also ich wollte eigentlich auch nur die Hölle zeigen. Ich denke mal, hier gibt's nicht gerade noch so klasse Sachen. Wir könnten noch ein bisschen Glowstone mitnehmen. Das wäre vielleicht auf jeden Fall noch ganz gut. Aber sonst könnten wir uns eigentlich auch wieder verpissen. Ich nehm hier noch die Treppe mit. Kann man hier alles noch auf dem, äh, Schrottplatz verkaufen. Für billiges Geld. Gleich kommt der Schrotthändler. Ding, 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 ding. Zu einer komischen Sirene da. Angeyückelt. So. Oh, wir nehmen gar nicht auf. Mensch, Spaß. Hör, was hast du denn hier gemacht schon wieder? Dickes, dickes, dickes Fail. Ich hab hier die ganzen Treppen wegziegeurnert. Komm, wir hören hier ab. Ist so rot hier. Rot, Farbe der Liebe. Rotes Tod. Wo ist denn, weil, hey, ich hab doch hier gerade Glowstone gesehen. Jetzt ist er verschwunden. Ah, nein, da unten. Oh, darunter ist aber auch Lava, darunter ist auch Lava. Ja, die, woher, der, komm mal schon wieder, ah. Hier, da. Ja, da auch. Ja. Ja, sollen wir da einfach hin? Komm, dann bauen wir vorher noch ein bisschen Netherrack ab. Das geht vor allem voll schnell abzubauen. Können wir auch gleich bei diesem Turm einen größeren Aufgang bauen. Ist vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht. Und so viel... Netherrack. Netherrack. Buy some Netherrack. In the Netherstore. So. Zap, zap und zap. Ich wusste gar nicht, dass es Kies in der Hölle gibt. Bis zu meiner letzten Folge oder vorletzten Folge. So. Jetzt habe ich 45 Nethersteine dabei. Sollte eigentlich erstmal reichen. Sie haben aber mega riesig. Ja. Voll nice, oder? Krass. Ja, gut. Und da fließen einfach so gesagt drei nebeneinander. Haben wir genug zu tun. Ja, aber du sagst das ganze Ding, weil alle drei abbauen. So. So. Nun, also wir gehen jetzt hier Glowstone noch abarbeiten. Und verbessern da diesen Aufgang, dass man hier hoch kann. Aber wo? Wie bitte? Aber wo? Ähm, was meinst du jetzt mit dem Glowstone? Jaja. Ähm. Fängt alles an der Decke. Ja, stimmt schon. Hier vielleicht, da. Ja. Warte. Ja, da bist du. Da kommen wir dir auch gleich mal hinterher. Ah, vorsichtig. Vorsichtig. Da bin ich runtergetrommelt. Juhu. Da ist auch Lava. Vorsichtig. Ja, mach doch einfach. So. Verbau doch nicht unseren guten Stein. Ja, oh mein Gott. Nimm diesen scheiß Netherstein. Nimm den scheiß Netherstein. Der ist nichts wert. Den kriegt man auch total schnell. Das ist der Netherstein. Ja, 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 genau. Okay. So. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen hier diese fachliche Treppe hoch. Und bauen uns einfach mal hier entlang. Du kannst ja einfach noch ein zweites Ding daneben bauen. Weil das ist auf jeden Fall sicherer. Ach so, das Risiko. Yay. Korrekt. Nein. So. Genau. Müssen halt vorsichtig sein, ne? So. In den. Bin schon fast wieder runtergefallen. Haha. Einfach Shift gedrückt halten. Dann läuft das. So. Tja. Shift ist für Pussis. Zack. Runtergetrommelt. Nein, 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 nein. Fuck, fuck. Haha. Und hier noch hin. What? Das redet auch manchmal einfach so. Warum auch nicht. Das redreht dann manchmal, ne? Ja. Dreht sich dann einfach die ganze Zeit. Ist auch ziemlich behindert. Für den letzten Glowstone. Hier ist auch noch jede Menge. Egal. Naja. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe 50. Wie viel hast du? Wart? 24 nur. Ähm. Ja, reicht erstmal. Hölle ist ja nicht weit vom Haus entfernt. Ja, das stimmt schon. Nochmal schnell hingehen. Haha. So. Ich nehme mir hier oben das noch mit. Jetzt sollten wir da unten diesen, ja, Eingang verbessern, sage ich mal. Wo? Ich hinde den Netherstein mit. Also da, wo wir hochkamen. Diese kleine Treppe, die da hoch führte. Weil die war schon ziemlich unsicher. Da muss ich ja... Ach die, ja, genau. ...vergrößern oder so. Das wäre auf jeden Fall schon besser. Tja. Und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht gleich ein Boot einfach mal bauen. Also kein kleines, sondern schon ein etwas größeres. Weil wir machen nichts Kleines. Keine alten Sachen. Genau das. Ja, geh du doch schon mal runter und fang von unten an. Und dann baue ich von hier weiter. So. Hier und hier. Nein. Das hier wegmachen. So. Pfff. Ah, die Lava jagt mir schon Angst ein, wenn wir da runterfallen. Das wäre ärgerlich. Aber was mir gerade auffällt... Egal, ich springe nachher. Ich bin loyal. Ich bin loyal. Ja, nice. Hat keiner Gewinn gemacht. Korrekt. So. Ja, jetzt ist das auf jeden Fall schon besser. Den riesenlangen Weg auch. Ja, ich weiß nicht. So viel Nesserstein haben wir gar nicht, oder? Ich habe noch 10. Tja. Ja, egal. Dann scheiß drauf. Schaff mal. Ohne Scheiß. Slack bei mir. Ja, bei mir auch. Tschüss. Tschüss.